tech sale 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 alles muss raus hallo meine lieben aktienfreunde das ist der index nasdaq 100 den kennt ihr bestimmt und schaut mal da geht es nach unten blutrot jedenfalls wenn wir nur kurz genug uns beschränken hier das sind die letzten fünf tage allgemein sind wir immer noch am langzeithoch oder nahe des allzeithochs trotzdem gefühlt ist es jetzt schon ein tech sell off so wird es auch so wird die sau auch durch die finanzmedien getrieben und ich gehe davon aus dass diejenigen die einige aktien haben die überproportional verloren haben die werden wir uns anschauen der ein sehr ungutes gefühl haben insbesondere dann wenn sie die aktien als spekulationsobjekt gekauft haben und nicht als langfristige unternehmensbeteiligung an einem unternehmen denn hier geht es ums langfristige investieren in aktien und von langfristig steigen kursen und dividenden zu profitieren dividenden sind optional und dazu gehört dazu dass du dich mit unternehmen beschäftigst viele junge marktteilnehmer tun genau das nicht und haben dann eben entsprechend hohe verunsicherung wenn ihr ihr lotto schein quasi sich als potenzielle niete entpuppt beziehungsweise wenn sie in den miesen sind andere sind noch an der seitenlinie überlegen sich jetzt einzusteigen bei den aktien die stark gefallen sind auch davor möchte ich warnen auf der anderen seite wiederum gibt es tatsächlich einstiegsmöglichkeiten und ich habe eine wahrgenommen gestern welche aktie das ist verrate ich euch selbstverständlich in diesem video vielleicht noch wichtiger als das was ich gekauft habe ist aber die aktuelle situation ein bisschen zu durchleuchten in meiner subjektiven einschätzung übrigens ich kann mich irren ich gebe keine kaufen keine verkaufsempfehlung ab dies für all jene die vielleicht zum ersten mal dieses video schauen mein name torsten tiet und ich bin der betreiber der seite aktienfinder net und die siehst du hier übrigens wir sind jetzt im aktienfinder und ich habe hier schon sortiert nach den verlierern auf monatssicht und die letzten 30 tage ich habe hier mal ein paar häkchen gesetzt das sind alles häkchen an unternehmen die mir irgendwas sagen und ich denke ich bin der meinung dass wir hier relativ viele hype aktien haben und bei denen wurde luft abgelassen die offizielle lesart für diesen tech sell off übernehmen wir gerne die beschreibweise der finanzpresse ist folgende angst vor steigenden zinsen ich meine dass es einen anderen grund gibt das sein bzw es nur irgendeinen grund geben musste damit irgendwann mal passiert was passieren musste dass bei aktienkursen die einfach zu stark gestiegen sind luft abgelassen wird und wir gucken uns jetzt ein paar von diesen aktien im ersten teil des videos an bevor wir zu meinem kauf kommen und schauen wir uns einfach mal hier zum beispiel jinko solar an den aktienkurs hier gehen wir in die bewertung rein das sehen wir den aktienkurs das können wir mal weg machen und wer von euch schon bwl studiert hat oder irgendwelche schlauen bücher gelesen hat über wirtschaftsekonomie preisbildung und solche geschichten der kennt sicherlich diese markteffizienzhypothese nach der der markt die alles fair bewertet mit dem preis und diese prämisse prüfen wir mal mit jinko solar weil laut dieser markteffizienzhypothese war das unternehmen im september 2020 21 us dollar wert pro aktie und ein monat später hat dann die aktie der aktienkurs sich mehr als verdreifacht hier nicht mehr als verdreifacht was bis zu 70 dollar 72 us dollar also nach einem monat lag er bei 70 us dollar für dreieinhalbfacht und da muss man sich jetzt natürlich die frage stellen wie kann unternehmen innerhalb eines monats dreieinhalb mal mehr wert werden als vorher lag der acht der ach so effiziente markt falsch im september also die aktienkurs unterbewertet hat oder lag der ach so effiziente markt falsch im oktober weil er da die aktie extrem überbewertet hat oder eventuell irgendwas in der mitte momentan ist der aktienkurs in der mitte ich tendiere zu letzteren das heißt der aktienmarkt hat hier die aktie krass überbewertet beziehungsweise das unternehmen krass überbewertet und ich habe ein gewichtiges argument dafür nämlich dass wir relativ viele aktien haben deren unternehmensbewertung sich in kürzester zeit das ist ein extrem beispiel aber innerhalb von wenigen monaten verdoppelt verdreifacht vervierfacht hat innerhalb weniger monate ist dieses unternehmen also viel viel mehr wert gewesen als vorher und da glaube ich doch dass ein gewisses muster erkennbar ist und jetzt wird eben etwas luft abgelassen gucken wir uns andere unternehmen an teladoc also telemedizin von zu hause aus hier hat sich der aktienkurs von 80 auf knapp 300 us-dollar 860 240 verdreieinhalbfacht dann haben wir appen die klicke ich jetzt nicht an australisches unternehmen für artificial intelligence dienstleistungen sage ich mal so haben wir in dem live stream am letzten sonntag extrem stark gecovert kannst du dir gerne anschauen wir haben eine laser beispielsweise was hat da der aktienkurs gemacht der ist der lag ende der anfang 2020 bei unter 9 norwegischen kronen und ein jahr drauf bei 35 norwegischen kronen hat sich also auch vervielfacht der unternehmenswert innerhalb nur eines jahres peloton interactive hätten wir hier noch anzubieten beispielsweise aktienkurs von 45 us dollar auf 162 us dollar innerhalb von pi mal daumen neun monaten hat sich also auch der aktienkurs einfach so mal hier vervielfacht rendite von 254 prozent das heißt der aktienkurs hat sich für dreien halbfacht innerhalb von jahren pi mal daumen neun monaten also wir haben ja dieses muster dass wir eine extrem starke kursgewinne haben dass die unternehmenswerte sich vervielfachten innerhalb einer relativ kurzen zeit und jetzt wird einfach wieder mal ein bisschen luft abgelassen dann darf man sich jetzt die frage stellen ist das jetzt ein schnäppchen soll ich jetzt einkaufen ist das jetzt der deal meines lebens weil es ja bald wieder ganz nach oben geht und sich der unternehmenswert erneut vervielfachen wird ich bin da skeptisch warum bin ich skeptisch guckt euch doch mal hier die bewertung an das peloton schönes beispiel kgf von 333 auf das laufende geschäftsjahr dann von 142 73 ist ja alles noch sehr hoch 45 und dann kommt ihr gerade erst aus der verlustphase raus läuft gar nicht so tolle wie du hier sie ist erst mal beim gewinnen ganz oder ganz stark anziehen sind irgendwelche analysen dahinter diese schon gedanken gemacht haben aber jeder von uns kann sich seine eigenen gedanken machen kann sich dann fragen ob die sport treiben von zu hause aus vielleicht nur mega trend war scheinbar nach scheinbarer mega trend werden co wird und ob die leute später nicht lust haben in ein echtes sportstudio wieder zu gehen um echte menschen zu sehen und falls ja dann könnte es doch sein dass der trend nicht so anhält wie das so hier beschrieben ist dann muss jeder das geschäftsmodell prüfen und wir haben hier ja auch einen haufen kostenlose aktienanalysen hier peloton ist jetzt nur einmal gecovert worden andere unternehmen die sind sehr viel stärker gecovert worden die aktienanalyse sind übrigens alle kostenlos im verzeichnis kostenlose aktienanalyse und wir schreiben auch aktienanalyse müssen da auch mit dabei haben schon über 56 autoren glaube ich die sich kostet also die dort ihre analysen die du die frei zugänglich sind eintragen dann kannst du also sein ganzes geld investieren anstatt teure börsenbriefe zu kaufen und wir haben hier also noch andere unternehmen unter anderem auch tesla sowie eben hier eben auch nio tesla habe ich selbst da bin ich selbst investiert in meinem privatdepot ich kann auch damit leben also die tesla aktie hat ja jetzt auch stark abgegeben ich kann damit leben weil ich langfristig investiere dann kann ich auch mit starken übertreibungen und dann wieder starken korrekturen leben solange ich an das unternehmen bzw an das geschäftsmodell glaube gut dann kommen wir zum zweiten teil das ist welche aktie habe ich gekauft eine sache möchte ich euch noch zeigen und da möchte ich noch mal argumentieren dass wir momentan tendenziell vielleicht doch keine schnäppchen haben was diese korrekturen angeht auch tesla halte ich nicht auf schnäppchen niveau wenn einfach mal hier nur schaut wie stark die aktien trotz der letzten kursverluste nach hinten raus also auf längere haltedauer zugelegt haben dann sehen wir immer noch teilweise richtig große zahlen verdoppler verdoppler fast verdoppler okay also sie sind nicht so groß aber hier 1500 prozent 800 prozent 900 prozent hier sind wir auf ein jahr hier sind wir auf fünf jahre dann hier wieder auf fünf jahre 650 prozent dann knapp 300 prozent auf ein jahr also wir haben da immer noch unternehmensvervielfachung des unternehmenswerts innerhalb relativ überschaubarer zeit spannend was dafür sprechen kann dass da potenziell immer noch luft drin ist die abgelassen werden könnte was genau passiert wissen wir nicht welche aktie habe ich jetzt gekauft und zwar ins firmendepot ins aktienfinder depot amazon ich bin also wir sind jetzt sozusagen neu in amazon investiert da mag es der ein oder andere meinen boah das ist ein alter hut aber das ist egal mir ist egal ob der hut alt ist solange er kann er trotzdem attraktiv sein amazon hat ein funktionierendes geschäftsmodell hat in wirklichkeit sogar mehrere funktionierende geschäftsmodelle cloud und online handel und sind da jeweils marktführer und man sieht hier die steigenden gewinne die steigenden cashflows und was jetzt erstmal vielleicht den ein oder anderen überraschen mag ist wir haben hier ja auch einen starken kursanstieg gesehen amazon hat jetzt elf prozent verloren auf den letzten monat gesehen aber wir haben immer noch einen relativ starken kurszuwachs 61 prozent alles aus kursgewinn dividenden zahlen sehr nicht aber ich halte das natürlich nur meine subjektive einschätzung amazon momentan für fair bewertet und eine faire bewertung bei einem unternehmen das sehr stark wächst ist für mich attraktiv genug um zuzuschlagen ich glaube ich habe kurz was von warren buffett gelesen das sieht es so ähnlich da gibt es einen spruch lieber ein also sinngemäß sehr gutes unternehmen kaufen zu einem fairen preis als ein ohlala unternehmen zu kaufen zu einem sehr günstigen preis weil dieses oder la unternehmen ist langfristig weniger interessant und hat langfristig weniger potenzial als sehr gute unternehmen dann kann man zwar von der wertaufholung profitieren aber dann müsste man dieses unternehmen quasi nach der wertaufholung wieder verkaufen weil eine luft draußen ist nach oben hin und wie komme ich jetzt darauf dass die amazon aktie irgendwo fair bewertet ist beziehungsweise sein könnte gucken wir uns hier einfach die anhand des operativen cash flows die multiples an das sind wir momentan so bei zwischen 20 und 21 und darf die letzten zehn jahre lagen wir sogar drüber da hat mir eine historische durchschnittsbewertung von 23 ich gucke mir noch mal hier in operativen cash flow an so sieht der verlauf aus in der vergangenheit und das wäre hier die prognostizierte zukunft und ich gucke uns mehr gehen wir noch hier hin und wir blenden jetzt die bewertung ein das siehst du das ganze hier nochmals logarithmisch und sieht man es besser man kann auch noch ein bisschen weiter nach hinten gehen und dann ändert sich aber kaum was du den 23 glaube ich jetzt ins 22 ok ihr seht jedenfalls dass das ist eine art backtesting der faire wert oder der kurs den fairen wert schon respektiert hat wir haben phasen über und unterbewertung unterbewertung relativ stark auch während der finanzkrise wenig überraschend an phasen der überbewertung und wenn wir jetzt hingehen und wieder so ein bisschen machen es logarithmisch dann sieht man hier wie krass der aktie anziehen soll der akt der wert der aktie warum als operative cash flow so stark steigen soll der liegt momentan bei 130 us dollar und der soll dann auf 300 us dollar steigen bis 224 ist ein bisschen glaskugel ich gebe es gerne zu aber ihr seht dass die richtung stimmt und die hat bisher einfach die ganze zeit gestimmt insofern gibt es eine gewisse wahrscheinlichkeit dass auch weiterhin so sein wird es gehe ich mal nur noch bis 2022 vielleicht 2023 ein jahr gönnen wir uns noch und wie sieht es denn besser aus ich denke so sieht es besser aus nur wegen der skalierung hier ein bisschen machen wir mal noch weiter es haben wir eine bessere skalierung momentan nicht so und wenn wir uns da mal die kurse anschauen dann sehen wir wir hätten eine rendite erwartung hier von 17 prozent jährlich aufs jahr und das halte schon für recht ordentlich man kann auch noch ein bisschen nach unten gehen wie hier da hätte man immer noch zehn prozent wenn dann der faire wert da ist ja jetzt hier das müssen brechen bei 4700 us dollar knapp das knapp 4000 us dollar faire wert momentan bei der aktie nach der berechnung der wäre jetzt bei um die 2800 us dollar und wir liegen jetzt bei knapp 3000 us dollar das heißt da wäre die aktie jetzt noch leicht überbewertet aber aufgrund der positiven entwicklung erholt die aktie dann relativ schnell auf der aktienkurs der faire wert geht dann über den aktienkurs und wir sehen hier wie die aktie jetzt in den letzten jahren bzw jeden der jüngsten vergangenheit überbewertet war aber amazon hat die überbewertung durch eine seitwärtsentwicklung abgebaut das ist nichts neues das hatten wir hier auch schon immer wieder diese überbewertungen nach hier was er in der korrektur aber hier war es dann wieder eine seitwärtsbewegung wo die überbewertung abgebaut wurde bis die aktie sogar mal ganz leicht unterbewertet war und dann gab es wieder so und so zu einen push und jetzt haben wir wieder so eine seitwärts bewegung die wissen nicht wie lange anhalten kann eventuell korrigiert auch im rahmen des aktuellen tech sell off die aktie noch ein bisschen nach unten aber wenn die analysten recht haben und wir haben uns auch mit der aktie beschäftigt das könnt ihr hier sehen wir haben auch eine eigene aktienbewertungen gemacht oder aktienanalyse zu amazon hier siehst du die du siehst auch dass amazon hier in der finanz community sehr stark gecovert wird hier ist unsere aktieanalyse und dies sehr ausführlich und sehr lang lage ich auch ein die anzuschauen und durchzulesen wenn man also daran glaubt dann glaubt man auch daran dass die 3000 us dollar momentan pro aktie nicht das ende sind sondern dass der aktienkurs durchaus potenzial hat noch weiter zu steigen einer der anfänger fehler ist ja immer dass die leute sagen okay leider bin ich zu spät gekommen das unternehmen ist zwar gut aber der aktienkurs meinte hier irgendwo einsteigen sollen und mittlerweile ist die aktie gelaufen mit einsteigen soll also 50 us dollar was ich gekostet hat mittlerweile ist einfach zu teuer kann ich mir nicht mehr leisten oder will ich mir einfach nicht mehr leisten und ich denke das ist genauso eine fehlkonzeption von der börse wie wenn man jetzt sagen würde die aktien sind ja so stark gefallen das war jetzt unser eingangs beispiel die aktien sind so stark gefallen jetzt kann ich rein hat auch was mit dem anker effekt zu tun gut das soll es mal gewesen sein für dieses video ich hoffe du kommst gut durch den tech sell off wird mich interessieren was du von amazon als oder ob du die ein oder andere aktie im technologie bereich die auch gelitten hat gekauft hast schreibt mir mal ein paar kommentare und dann bis zum nächsten video ciao